Heute treibe ich mich mal wieder bei den Reichen und Schönen rum im Yachtclub von El Arenal. Ein kleiner Yachtclub, aber der hat es in sich. Durch die Filmkunden kann ich natürlich auch ein bisschen die reiche Luft schnuppern hier und zuschauen, wie sie wieder ihre Boote vorbereiten für die neue Saison 2023. Das macht Spaß, denn ich habe keine Arbeit damit, ich darf dabei sein, sogar mal mitsegeln und das ist schön. Die Filmkunden hier auf Mallorca sind sehr aufgeschlossen mir gegenüber und das ist natürlich toll für meine Freizeit.